Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Car2Style. Mein Name ist wie gewohnt WilliKar und ich begrüße euch hier auf dem Truck-Treffen von Schatner Elektronik. Was ihr in dem Video seht, seht ihr ja schon hinter mir. Alte, neue, getunte LKWs, Leistungsprüfstand und natürlich einige andere schöne Fahrzeuge. Ich wünsche euch viel Spaß beim Anschauen. 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 Ich wünsche euch viel Spaß beim Anschauen.